SR3 Saarlandfälle am 9. November. Vor sowas von exakt genau 30 Jahren wurden die ersten Tore an der Berliner Mauer geöffnet. Die deutsch-deutsche Grenze bekam Löcher, die größer und breiter wurden. Und die Menschen in Ost und West konnten sich besuchen, austauschen, hin und her, wie das eigentlich normal ist. Und das wollen wir heute feiern und das darf ich feiern. Der SR3 Oldie-Abend mit Sebastian Krummbiegel von den Prinzen. Und das tritt, nach meiner Erkenntnis, ist das sofort unverzüglich. Ja, Herr Schabowski, schönen guten Abend. Ich grüße dich. Mensch, jetzt sind wir irgendwie schon Zeitzeugen. Das kennt man eigentlich nur von Guido Knopp-Dokus, wo das irgendwie Kreise sind, die von früher erzählen. Ja, Oper erzählt vom Krieg. Es ist wirklich irgendwie ein bisschen so, es ist echt schräg. Und wenn ich mir überlege, dass das alles schon 30 Jahre her ist, es ist für mich unvorstellbar, ehrlich gesagt. Aber ja, lass uns drüber reden, wie das alles war. Und lass uns überhaupt über den 9. November reden. Es ist ja ein Datum, das mehrere Bedeutungen hat in unserer Geschichte. Genau, haben wir jetzt zwei Stunden Zeit. Erstmal will ich fragen, wie hast denn du damals in den 80ern Musik gehört? Hast du auch Kassetten aufgenommen? Mit den Ohren. Das, ja. Und auf welchem Tonträger kamst du in den Ohren? Hast du Kassetten aufgenommen? Hast du Platten gehabt? Ja, also sag ich mal so. Wir waren ja, ich war Mitglied des Thomaner Chores in Leipzig. Wir waren ganz schön privilegierte Kerlchen, weil wir im Gegensatz zu anderen Kids in unserem Alter mit dem Chor in den Westen fahren durften. Und dort haben wir Taschengeld bekommen. Jeden Tag umgerechnet 10 Westmark. Ui. Und das Geld habe ich wirklich hauptsächlich in Schallplatten angelegt. Und meine Eltern haben immer gesagt, Junge, bring dir doch mal was Handständiges mit. Ja. Und nicht immer nur diese Musik. Und ich wollte immer Musik. Zwei Tage sparen, eine LP oder 6 Mark für eine Single? Singles nicht. Ich habe wirklich dann, ich weiß noch genau, dass ich mir zum Beispiel von The Who, also der Band, die gerade wieder auf Tour sind, die gerade zur Zeit wieder durch Amerika touren, mit übrigens Liam Gallagher als Support. Von denen habe ich mir damals Quadrophenia gekauft. Und das war ein Doppelalbum oder ist ein Doppelalbum, eine Rockoper sozusagen. Und die hat mich einfach gekickt, weil schon mal das Äußere dieser Platte so genial war. Da war ein riesiges Booklet drin mit vielen Bildern und die ganzen Texte waren abgedruckt. Und was hat dich fasziniert an The Who? Das waren ja so in den 60ern die Revoluzzer. Also Pete Townsend hat nach jedem Konzert eine Gitarre kaputtgeschlagen. Die haben alle ihre Instrumente kaputtgeschlagen. Und das war damals sehr neu. Und die haben sich natürlich damit auch abgegrenzt von allem, was irgendwie, die Beatles waren sehr brav. Die Stones hatten ihr Image irgendwie als Bürgerschreck und The Who haben eben dann gesagt, wir machen noch was anderes. Am Ende ist es, glaube ich, immer die Musik und am Ende ist es vor allem das, was die Leute erzählen. Weil ich habe mich immer schon für Texte interessiert. Habe mir damals auch aus dem Westen Textbücher mitgebracht, wo die Texte übersetzt waren. My Generation zum Beispiel. I hope I die before I get old. Ich hoffe, dass ich sterbe, bevor ich alt werde. Das habe ich damals gedacht. Boah, ey, das ist ja ein Hammersatz. Und am Ende war es schon das, was mich da begeistert hat. Aber die Prinzen haben es dann nicht so analog übernommen, dass ihr am Ende des Konzerts mit Rohrreiniger gegurgelt hättet. Nein, das nicht. Außerdem hatten wir, wir haben als A Cappella-Band ja extra deswegen keine Instrumente gehabt, weil wir nichts kaputt machen wollten. Hahaha. Komm, ich habe einen von The Who. Substitute. Substitute. Den haben wir uns vor ersten Band gecovert übrigens. You think we look pretty good together. Durch den Thomana-Chor und die Tatsache, dass du Weltreisen machen konntest, musikalisch warst du dann ganz gut bestückt. Geheim mit Schallplatten. Es war schon auf jeden Fall ein Privileg. Und wir waren da vorhin ja ein bisschen hängen geblieben. Natürlich war das auch so, dass sich der eine die Platte gekauft hat, der andere die Platte. Und dann wurde das natürlich überspielt. Wirklich auf Kassetten. Und die liefen dann eben hoch und runter. Und was man trotzdem auch noch gemacht hat, das weiß ich noch, man hat sich Sachen auch aus dem Radio aufgenommen. Also es gab damals eine Sendung auf Bayern 3, glaube ich, Pop nach 8 mit Thomas Gottschalk. Mit Thomas Gottschalk, ja. Und die haben wir in Leipzig empfangen können und haben dann wirklich abends mit Kassettenrekorder vor dem Lautsprecher gehangen. Und haben das Ding dann wirklich aufgenommen und haben uns immer geärgert, wenn jemand reingequatscht hat. Also wenn er da irgendwie in, was da eben gerade aktuell war. Ich weiß nicht, ich habe noch eine Ansage im Kopf. Kate Bush war damals gerade, hatte die Platte hier Wuthering Heights, hatte sie draußen und sagte er dann irgendwie, das war wie ein Kusch von Kate Bush, sagte Gottschalk. Und hat das genau irgendwie in das Outro oder das Intro reingequatscht und gesagt, Mensch, warum hast du jetzt hier reingelabert in meine schöne Musik, ja. Weil es war bei mir genau so, ich saß hier auch mit der Kassette. Und dann wollte man natürlich alles pur haben, damit man es wieder spulen kann und hören kann. Jetzt hast du ja den lieben langen Tag bei den Thomanern dich mit Björn Sebastian Bach beschäftigen müssen und wirklich auch schwierigen Chorpassagen. Wie kam dann Rock und Popmusik so für dich als Ausgleich dazu? Ich glaube, dass das ganz normal war. Also wir haben alle andere Musik gehört. Es gab damals zwei Fraktionen sozusagen. Die eine, die eher so die härtere Fraktion war, die eher so, was weiß ich, Deep Purple gehört haben oder Kiss oder auch ACDC. Und die anderen, die dann eben so, was weiß ich, Queen und Supertramp und Pink Floyd und solche Sachen gehört haben. Und das war, als Ausgleich würde ich gar nicht sagen. Der Ausgleich würde ich eher sagen, war dann das, als wir angefangen haben, die Musik selbst zu machen. Also als wir wirklich dann mit 15 die erste Band gegründet haben und eben damals Substitute von The Who oder was weiß ich, wir haben auch viel Stones, wir haben viel Beatles, wir haben... Also es krachen lassen. Wir haben es krachen lassen sozusagen. Und das war dann, glaube ich, eher so ein, jetzt mal so ein Aufbegehren oder eben so, wir wollen was anderes machen. Und was wir damals gelernt haben in dem Chor, also wirklich Bach zu singen. Und du hast gerade gesagt, singen müssen. Im Nachhinein sehe ich das wirklich als eine großartige Ausbildung an, die wir da wirklich hatten. Also ich kann das heute alles noch auswendig. Bei Harmonienlehre und welche Tonart und Tonart wechselt das, kann man da besser? Man hört auf jeden Fall alles. Also ich glaube, auch die Prinzen, wenn wir heute zusammen Musik machen, das können wir deswegen so machen und ohne Instrumente zusammen singen, ist ja doch irgendwie ein Ding, das nicht jeder so kann. Und das können wir deswegen, weil wir es als Kinder gemacht haben, jeden Tag zwei Stunden lang. Und deswegen ist das dann irgendwie drin, du vernannst sowas nicht. Ich sehe gerade, die Bayern führen 4 zu 0 gegen Dortmund. Warum musst du mich daran erinnern? Ja, und es wird zwei Minuten nachgespielt. Das Endergebnis gleich. Wir sind aber sehr gespannt, ob Dortmund noch gewinnt. Hoho. Ich habe hier noch was Schönes, eine Live-Aufnahme vom Reichstag, vorm Reichstag in Berlin, Barclay James Harvest. Das war so eine meiner Top-Bands. Und die haben nach einer super Tournee ein Freikonzert gespielt, 1980 für die Leute in West-Berlin. Und im Osten haben alle zugehört. Das war ja oft so, dass hinter der Mauer Konzerte stattfanden, die dann die Leute in Ost-Berlin... Und da müssen wir gleich noch drüber reden. 30 Jahre Mauerfall im SA3-Oldie-Abendspezial. Kurze Klammer auf, Bayern hat 4 zu 0 gegen Dortmund gewonnen. Klammer zu. Ja. Ist ja erst Anfang der Saison. Ja, genau. Beim nächsten Mal gewinnen die anderen. Ja, prima. Spitzensprüche eh. Sebastian, die Konzerte an der Mauer, das war so eins. Und du hast gesagt, da hat man im Osten schon mitgehört. Und man wusste auch von Michael-Jackson-Konzerten, da hat man noch eine eigene PA in die andere Richtung schießen lassen, damit man das da hören kann. Wie war das mit der West-Musik? Wie wichtig war die, bevor wir nachher auf Udo Lindenberg kommen, der da schon so einer war, der die Tür mit eingetreten hat? Natürlich haben wir uns immer von dieser Musik inspirieren lassen. Natürlich war, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis Mitte der 80er Jahre eigentlich wirklich keine Ostmusik gehört, weil es mich einfach nicht gekickt hat. Mich hat das wirklich nicht, wirklich echt berührt. So, mich haben dann, mich hat die Sprache nicht berührt. Und das lag garantiert auch daran, dass die Sprache von ostdeutscher Musik dadurch, dass man nicht alles sagen durfte in den Texten, wurden diese Dinge oft umschrieben und wurden diese Dinge oft poetisch verklausuliert und eben um die Ecke erzählt. Und ich war immer mehr der Freund von direkter Sprache. Und ich habe immer mehr, ich habe, was weiß ich, ich habe wirklich viel Lindenberg gehört. Ich habe viel Tonstände, Scherben, irgendwie Rio Reiser gehört. Und wenn ich deutschsprachige Musik gehört habe, dann habe ich das mit ostdeutscher Musik erst gemacht, dann als solche Bands wie Panko oder Rockhaus kamen, was dir bestimmt gar nicht viel sagt. Ihr kennt ja hier, glaube ich, nur City mehr oder weniger. Genau, das lange Geigenlied am Fenster. Genau, und das finde ich auch natürlich, ich finde das heute rückblickend auch schön, aber ich habe das damals nie wirklich berührt, kann das ehrlich sagen. Und natürlich haben wir uns dann durch Westmusik inspirieren lassen. Ich bin großer Queen-Fan, ich war schon damals riesen Queen-Fan, ich habe Queen leider niemals live sehen können. Hast du gesehen? Ja, einmal. Wo? In Mannheim. Und war das ein geiles Konzert? Absolut. Also es gab für mich eine Gelegenheit, hätte es theoretisch gegeben, Queen live zu sehen. Und zwar war das, da gibt es auch eine Platte, Budapest 1986. Ja, kommt auch immer mal im Fernsehen. Genau, genau. Und das war natürlich eigentlich schon nach der Zeit, die mich so gekickt hat mit Queen, also mit Bohemian Rhapsody, We Are The Champions, Somebody To Love, diese Sachen. Und zu dem Konzert in 1986 in Budapest konnte ich nicht, weil ich da bei der Armee war. Und das hat mich so geärgert, weil ich wäre da garantiert hingefahren, weil ich so ein Fan war. Das kommt ja immer im Fernsehen. Da hat er ein Lied auf Ungarisch gesungen. Genau. Und der sagt, das Stadion ist ausgerastet. Ach komm, ich habe hier Queen. Nimm Another One Bites The Dust. Queen, Another One Bites The Dust. Und Sebastian erzählt gerade, Thema in der Strafarbeit. Ja, ich hatte damals im Internat des Tomalekores in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse einen Hausarrest bekommen, weil ich beim Rauchen erwischt worden war. Und da muss man dann eben theoretisch immer irgendwelche Hausarbeiten machen, muss irgendwie Zimmer sauber machen, irgendwie Kofferboden kehren. Und der Erzieher damals war mein Englischlehrer. Und der hat mir gesagt, hör mal jetzt auf, solche Arbeiten zu machen. Mach was für deine Rübe, übersetz diesen Text. Und das fand ich schon sehr cool, weil ich natürlich Queen-Fan war und bin damals nicht drauf gekommen, was das bedeutet. Another One Bites The Dust. Weil das eben Staub eigentlich heißt und ich bin nicht, beißt wieder einher ins Gras. Weil es geht ja um Machine Guns und irgendwie, was weiß ich was. Und ja, aber das ist für mich so eine wunderbare Erinnerung. Was auch so Erinnerungen sind, die du auch in deinem Buch Courage aufgeschrieben hast. Es gab ja solche und solche Lehrer. Auf jeden Fall. Bei euch in der Schule. Also einer, der deinem Freund Wolfgang, heute Prinz, die Schule verweigern will, beziehungsweise den rausschmeißen will, weil er ein Bild malt. Und dann jemand, ein Deutschlehrer, wo du ein Buch mitbringst, das ein komisches Buch ist und dann passiert nichts. Ich glaube, das ist immer so schwierig. Also wenn wir heute, 30 Jahre nach dem Mauerfall, darüber reden, was die DDR eigentlich war und was die Unterschiede waren. Natürlich gibt es große Unterschiede und ich wehre mich extrem dagegen, wenn heute irgendwelche Leute sagen, ich wünsche mir die DDR zurück. Das finde ich ganz widerlich und das finde ich ganz, ganz gruselig. Und ich denke wirklich, man muss sich einfach wirklich überlegen, was ist ein demokratischer Rechtsstaat? Wann kannst du dich gegen irgendwelche Dinge wehren? Wann bist du irgendwelcher Willkür ausgesetzt? Und die DDR war nun mal ein Staat, wo du wirklich eisenhart willkürlichen Dingen ausgesetzt warst. Du konntest dich nicht wehren. Du konntest dich, du konntest vom Fleck weg verhaftet werden. Es gab diese Fucking-Mauer, da wurden Leute erschossen. Und da gibt es überhaupt nichts im Nachhinein schönzureden. Was man trotzdem sagen muss, dass wir eben auch uns eingerichtet haben. Dass wir uns sozusagen mit unserem Leben in irgendeiner Weise nicht abgefunden haben. Das klingt sehr defensiv. Und dass wir gemerkt haben, hey, die Spielregeln sind hier so. Deswegen versuchen wir, in diesem System so zurechtzukommen. Und das hat nichts damit zu tun, opportunistisch zu sein. Das hat nichts damit zu tun, zu sagen, ich wehre mich nicht gegen irgendwas. Das hat einfach was damit zu tun, dass du sagst, so sind die Spielregeln, so versuche ich damit klarzukommen. Und ich glaube, ohne jetzt, wie gesagt, ich möchte nichts paketalisieren, was damals irgendwie gelaufen ist. Aber natürlich gibt es das heute genauso. Natürlich musst du heute auch Spielregeln einhalten. Und wenn du heute irgendwas machst, was deinem Chef nicht gefällt, kannst du genauso irgendwie echt vor die Nase kriegen. Und da bin ich immer sehr vorsichtig. Also wenn mich Leute fragen, ich sage immer, ich hatte eine schöne Kindheit, eine erfüllte Kindheit. Und nicht vordergründig deswegen, weil ich im Tomana-Chor war. Ich kenne viele, viele Leute, die im Nachhinein sagen, ich möchte mir nicht die Zeit nehmen lassen, die ich als Kind erlebt habe in meiner Jugend. Wie wir eben gesagt haben, du hast Kassetten aufgenommen, ich habe auch Kassetten aufgenommen. Und jetzt eine der Ost-Rockbands, Panko, Aufruhr in den Augen. Panko, Aufruhr in den Augen. Was ist denn das für eine Musik, die dich dann... Das war schon fast Ende der 80er, das war 88, glaube ich. Und ich habe gerade gedacht, als ich das gehört habe, dass dieser Text heute noch genauso gültig ist wie damals. Völlig unabhängig von irgendwelchen Westdeutsch, Ostdeutsch, irgendwelchen Diskussionen. Es geht da wirklich darum, ja, ich mag dich deswegen, weil du anders bist, weil du irgendwie, weil du den Aufruhr in den Augen hast. Weil du mich in irgendeiner Weise kickst, weil du mich in irgendeiner Weise berührst. Und das ist unabhängig von politischen Dingen. Oli Abend, Spezial. 30 Jahre Mauerfall. Und dieses Lied gehört irgendwie dazu. David Hasselhoff, Looking for Freedom. Die wenigsten Leute wissen ja wirklich, dass wegen David Hasselhoff die Mauer gefallen ist, ja? Das wird immer gesagt. Und ich glaube, nee, also es hat ja Zeiten gegeben, wo David Hasselhoff auch so ein bisschen seltsam drauf war. Neben der Spur, mit betrunkenem Burger essen. Er hat es aber mehrfach richtiggestellt, dass er natürlich weiß, dass es nicht das Lied war, das die Mauer einstürzen ließ und dass er nur am Silvesterkonzert oder zur Fernsehsendung das nächste Silvester eingeladen war und das da auch gespielt hat. So, jetzt ist das 30 Jahre her. Sebastian, Zeitzeugen haben wir schon geklärt. Du bist natürlich gefragter Interviewgast gewesen und jetzt auch bei vielen Veranstaltungen, gestern zum Beispiel in Berlin, ne? Genau, ich war gestern in Berlin zur offiziellen Feierlichkeit zu 30 Jahre Mauerfall im Abgeordnetenhaus zu Berlin. Also im Parlament von Berlin mit Michael Müller, dem Regierenden Bürgermeister und mit allen Fraktionen, die wirklich voll besetzt waren, mit vielen Festreden. Und ich habe Musik gemacht, habe da eben ein paar Songs am Klavier gespielt, am Flügel gespielt und das war schon sehr berührend. Und natürlich ging es da auch in den Reden hauptsächlich um die Dinge, die vor 30 Jahren passiert sind. Und was mich ein bisschen gestört hat an dieser ganzen Aktion, war, dass zu kurz gekommen ist, dass der 9. November natürlich auch noch für ein anderes Jahr steht, geschichtlich. Dass man natürlich, ich glaube die Kanzlerin hat das gestern oder heute gesagt und das fand ich wirklich bemerkenswert, dass sie das auch so klar gesagt hat, dass der 9. November einerseits ein großartiger Freudentag ist, aber andererseits eben auch der Tag ist, an dem die schlimmsten Dinge auf den Weg gebracht wurden. Nämlich am 9. November 1938, als die Reichspogromnacht stattgefunden hat, als in Deutschland Synagogenbrannt und als jüdische Geschäfte und jüdische Menschen angegriffen worden sind. Und diesen Termin habt ihr auch gedacht gestern, gell? Natürlich. Also ich habe das vor allem dann am Ende, ich habe als letztes Lied gesungen, Meine Nation sind die Liebenden. Das ist für mich so ein wirklich wichtiges Lied auch in meinem Repertoire ist, weil es eben wirklich darum geht, über Ländergrenzen hinaus zu denken und wirklich darüber nachzudenken, dass wir am Ende, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt jetzt, dass wir eben alle Menschen sind. Und völlig egal, ob du aus Europa, aus Asien, aus Afrika, aus Amerika kommst, dass wir zusammengehören, dass wir nach Gemeinsamkeiten suchen sollten, nicht nach Unterschieden. Und das kannst du, wie gesagt, ostwestmäßig sehen, was ja heute ein großes Thema ist, Osten, Westen, hin und her. Aber dass eben dieses Datum, dieser 9. November 1938 für mich so wichtig war, dass ich gestern einfach sagen musste, Leute, wir dürfen das nicht vergessen. Und wir sollten bei aller Freude, die wir heute empfinden, darüber, dass die Mauer gefallen ist, dass Berlin wieder Berlin ist, dass Deutschland wieder zusammengewachsen ist, nicht vergessen, dass dieses Datum eben auch noch anders belegt ist. Und ich habe da noch von meiner Großmutter erzählt, die das damals erlebt hat, die 1938 als 19-jähriges Mädchen mitgekriegt hat, was da eben passiert ist. Dass da Menschen am einen Tag nicht mehr da waren. Und dass sie eben auch nichts dagegen gemacht hat, dass sie sich genauso abgewandt hat wie alle anderen auch, dass sie so getan hat, als ob sie nichts merken. Und ich habe gestern einfach nochmal gesagt, Leute, bitte lasst uns darüber nachdenken, dass das auch so gewesen ist und dass der 9. November eben auch damit verbunden ist. Und nach diesem Festakt kam dann Müller, der Bürgermeister, zu mir und sagte, hey, haben Sie gut gemacht, Herr Krummigel. Ich habe jetzt übrigens eine Einladung in die Synagoge von Berlin. Und dann bin ich mit ihm zusammen zu der Gedenkfeier gegangen in der Synagoge in Berlin, in Charlottenburg. Und das hat mich so mitgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war so emotional und so für mich. Also ich habe gestern, ist ja oft die Frage in Interviews, wann haben Sie das letzte Mal geweint? Und gestern, ich konnte echt nicht anders. Ich habe dann, wenn du hörst, dann wie der Rabbi anfängt, auf Hebräisch seinen Sing-Sang zu machen und du verstehst kein Wort. Du merkst nur den Schmerz und die emotionale, du merkst diesen Wahnsinn, den er von sich gibt. Und dann hörst du auf einmal in diesen Worten, die du nicht verstehst, hörst du auf einmal Auschwitz, Theresienstadt, Buchenwald, Warschau, Ghetto. Und da hat es mich wirklich irgendwie weggeplättet. Da habe ich da gestanden und habe dann noch gedacht, reiß dich zusammen. Und da habe ich aber gedacht, nee, warum eigentlich? Und habe dann da Rotz und Wasser geholt und das war so erleichternd und auch so auf eine ganz schräge Art so schön. Das ist das falsche Wort bestimmt, aber es war, also ich war froh, dass ich das gemacht habe und bin auch froh, dass ich das jetzt so erzählen kann, weil das ist wichtig, Leute. Wir dürfen das nicht vergessen und ich komme aus Leipzig und Leipzig liegt 40 Kilometer von Halle entfernt und in Halle ist am 9. Oktober eine Synagoge angegriffen worden. Der Typ ist Gott sei Dank nicht reingekommen, das war ein Nazi, Neonazi und hat dann eben zwei Menschen erschossen. Es ist heute wieder Usus, dass jüdische Menschen beschimpft werden, dass jüdische Menschen angegriffen werden, angespuckt werden und das hätte man sich doch vor fünf oder vor fünf, sechs, sieben Jahren überhaupt nicht vorstellen können, dass das wieder soweit ist. Und deswegen sage ich immer wieder, lasst uns bitte, bitte, bitte wachsam bleiben, lasst uns reingrätschen in jeden Scheiß, der antisemitisch passiert, in jeden Scheiß, der rassistisch abgeht. Das dürfen wir nicht zulassen und da schon mal meiner Oma wegen, die mir damals gesagt hat, da war ich 15 Jahre alt, die sagte mir, Junge, ich habe damals auch nichts dagegen gemacht und ich schäme mich heute so dafür. Und das macht mit einem 15-Jährigen was, wenn du das als 15-Jähriger von deiner Großmutter hörst und seitdem, ich merke genau und du merkst es jetzt auch, ich gehe gerade total steil. Aber ich glaube, dass das richtig so ist. Wir dürfen das nicht hinnehmen. Das auch an so einem Abend und in einem Oldie-Abend, die so Emotionen gibt. Unbedingt. Komm, wir spielen mal frei mit einer Rocknummer. Ich bin der schönste Junge aus der DDR und das freut mich sehr. Der schönste Junge aus der DDR in der neulich erst gespielten Phase mit Sebastian Grumbiegel, aber das war eure erste Single als Herzbuben. Ja, das war nicht meine Single, das war ein Lied, das wir damals im Rundfunk aufgenommen haben und man muss vielleicht dazu sagen, das Lied ist wirklich, ist eines der ersten, die irgendwie damals, die ich geschrieben habe und das ist sozusagen wirklich 32, 33 Jahre alt und das ist schon, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen, dass dieses Lied damals fast so eine Art, nicht Protest-Song war, aber schon, dass die Leute gemerkt haben, also wenn sich so ein Typ wie ich, der nun nicht unbedingt Model-mäßig daherkommt, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber wenn sich so ein Typ auf die Bühne stellt und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, da haben die Leute schon Antennen gehabt und haben gemerkt, hey, hier stimmt irgendwas nicht, irgendwas ist hier und die haben natürlich gemerkt, dass das eine Ironie war und man muss auch dazu sagen, dass wir damals mit unseren Texten, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe die Texte eigentlich immer mehr gemocht, deutschsprachige Texte, die direkt waren, Das konnten wir eben nicht so, wir konnten nicht singen, Honecker ist ein Arsch, wir konnten nicht singen, irgendwie die Mauer muss weg, da wären wir sofort irgendwie verboten worden, ja, aber wir konnten eben singen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, das heißt, wir konnten uns hinter einer Ironie-Maske verstecken und die Leute haben das extrem gemerkt und das war unsere Art des Protestes oder unsere Art, uns aufzulehnen in irgendeiner Weise oder unsere Art, vielleicht am besten unsere Art, uns politisch auch zu äußern, ohne uns explizit politisch zu äußern, ja, und das war der Trick und der hat funktioniert. Und diese Rundfunkaufnahmen wurden dann einmal im Fernsehen gespielt? Die wurde im Fernsehen gespielt, die lief sogar im Radio auch, weil die Leute, hey, konnte keiner was dagegen sagen, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, wenn jemand den Text sieht, ja, dann denkt der doch, hey, na klar, und du hast das nur verstanden, wenn du eben da, also natürlich, die Leute haben das verstanden. Sebastian Krummbiegel und wie aus den Herzbuben dann die Prinzen wurden und wie die Prinzen klangen damals, da haben wir noch eine Stunde Zeit, drüber zu reden. Der Oldie-Abend-Spezial, 30 Jahre Mauerfall. Jodel-Odelido, die Nachtigall aus Kronau, Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow, Odyssee hieß die LP, mein allererstes Konzert damals. Und du bist auch Udo-Fan, gefühlt seit ewig. Seit ich denken kann, also wirklich, ich weiß noch genau, meine Eltern hatten irgendwann mal eine Kassette damals, 1975 oder so, mit, die hieß Starke Lieder, mit allen möglichen deutschen Interpreten. Reinhard May, Ulrich Roski, weiß gar nicht, wer da noch alles dabei war und eben auch Lindenberg. Und da war hoch im Norden dabei. Und das habe ich mir angehört und fand das schon irgendwie cool. Das hat mich eben, ich komme wieder dazu, von der Sprache her, das war eine klare Sprache, der hat irgendwie Geschichten erzählt und es hat mich gekickt. Und was wir gerade gehört haben, Sonderzug nach Pankow, war schon ein Lied, das im Osten jeder kannte. Also logischerweise, weil das war so lustig und so charmant respektlos gegenüber Honecker, dass das natürlich, alle haben sich darüber amüsiert und jede Oma und jedes Kind hat irgendwie gewusst, wer Udo Lindenberg ist. Und ich habe natürlich schon lange vorher diese ganzen Songs gehört und gerade die Ost-West-Songs, also Mädchen aus Ost-Berlin, wo es eben darum geht, dass er sich in ein Mädchen in Ost-Berlin verliebt und dann nachts um zwölf merkt, er muss wieder zurück nach West-Binne, weil er hat nur einen Tagesschein und muss dann eben wieder zurück. Oder, das wollen wir glaube ich jetzt gleich spielen, Rock'n'Roll Arena in Jena. Das ist ein ganz kurzes Ding. Das ist ein ganz kurzes Ding, aber das ist ein Ding, was sich mir so ins Herz gegraben hat. Weil als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich echt gedacht, ey, der meint ja mich, der singt das genau für mich. Ich möchte so gern bei euch mal singen, meine Freunde in der DDR. Also das Allerschönste ist ja für mich noch, dass wir das auch zusammen schon gesungen haben. Also dass Udo mich irgendwann mal anrief vor, ach, wann war das, als er seine Stadientour, seine erste Stadientour gemacht hat, 2014, glaube ich, fünf Jahre her. Sebastian, ich mache jetzt Stadientour und kennst du Rock'n'Roll Arena in Jena? Und willst du mich begleiten am Klavier, bei der Pressekonferenz dafür? Und gesagt, ja klar, kann ich machen. Ach, und noch ein kleines Problem habe ich noch. Ach, kannst du vielleicht auch ein Klavier besorgen? Das ist ja immer so. Besorgen. Und Udo macht das ja, also es gibt ja böse Zungen, die sagen, Lindenberg ist so ein Typ, der saugt alle aus, der nutzt alle um sich rum aus. Ich sehe das ja ganz anders und glaube, alle Leute, die ihm gerne helfen, sehen das eben genauso. Er ist eher so der Pate, er ist eher so der Typ, der ruft dich an und du tust ihm echt gerne einen Gefallen. Und ich habe das gemacht, habe dann irgendwie einen Flügel besorgt und bei der Pressekonferenz habe ich das Ding gemacht, war total aufgeregt und habe mich dann auch an irgendeiner Stelle verspielt, habe irgendwie einen falschen Ton reingehauen und er hat das Eisen hart durchgezogen. Und dann hat er nur noch nachgedacht, hast du an einer Stelle auch mal kurz selbst komponiert. Und dann hat er aber gesagt, jetzt machen wir das auch live auf der Bühne. Und dann habe ich das wirklich, also wir machen das seitdem eigentlich jedes Jahr, wenn er auf Tour ist, immer wenn er in Leipzig spielt, bin ich dann sein Gast und dann spiele ich eben Klavier und er singt Rockenroll Arena in Jena. Und das erste Mal war wirklich so der Hammer, weil das war im Stadion vor 50.000 Leuten und dann gehst du da raus und bist echt zittrig und singst das Lied, das dir schon seit deiner Kindheit so viel bedeutet. Ja, und das war Rockenroll Arena in Jena. Das ist für mich ein Weckruf gewesen. Deswegen habe ich Klavierspielen gelernt übrigens. Mit solchen Liedern habe ich Klavierspielen gelernt. Wegen einer Minute und acht Sekunden, die hören wir jetzt. Die Prinzen, Gabi und Klaus. Das war so meine erste Begegnung mit euch. Prinzen habe ich auch schon mal irgendwo gehört. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ich weiß, wie wenn es gestern gewesen wäre, Anfang der 90er. Ihr seid alle auf Promotour gegangen. Also nicht nur du und der Tobias. Ihr wart alle fünf. Der Ali war dabei. Wir haben viel live gesungen auch im Studio damals. Genau. Ich weiß ich noch. Man musste nur irgendwie sagen, also unser Sender heißt so und so und dann habt ihr mir, 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 habt ihr noch Dings gesungen. Das war unten in einer alten Abhörkabine. Das war unser Trick damals. Damit haben wir euch alle gekriegt. Ja. Also teilweise hatten ja die Leute auch Angst vor uns. Weil wirklich, wenn wir in der gesamten Masse aufgetaucht sind sozusagen, waren wir ja auch irgendwie so eine unverwundbare Crew. Genau. Und teilweise hatten wirklich irgendwelche Leute dann gesagt, jetzt die Prinzen kommen, Hilfe, Hilfe, wir haben Angst. Und gesagt, hey, wir sind eigentlich ganz freundlich. Wenn ihr uns freundlich behandelt, sind wir auch ganz freundlich. Und das war eine Nummer, wo man sagt, da war Schwein drin. Das war, wir hatten damals einen Piepton drauf. Auf irgendeinem, ich weiß gar nicht, wo das war. Ich glaube, irgendein, ich weiß nicht, irgendein öffentlich-rechtlicher Sender hat auf Gabi ist ein Schwein Piepton drauf gemacht. Das kann man sich heute auch echt überhaupt nicht mehr vorstellen, ja. Es gibt zwei Westmusiker, die wichtig für euch waren. Einmal Annette Humpe, die diese ersten Alben produziert hat. Zu der seid ihr mit Kassetten, mit Probekassetten. Wie kam der Kontakt zu Annette zustande? Der Kontakt kam eigentlich, dass wir damals bei einem befreundeten Musiker, der übrigens heute Abend, glaube ich, in Berlin am Brandenburger Tor, nee, in Helmstedt, es gibt ja mehrere Partys, deswegen 30 Jahre Mauerfall, und heute Abend Dirk Zellner. Wir haben damals für ihn einen Chor aufgenommen im Studio. Und das war in den Hansa-Studios in Berlin. Das waren die Legenden im Hansa-Studios. Der Bruder Jürgens, Karpnel, ja. Der Peschmuth, ich glaube, David Bowie hat er aufgenommen. Wir sind da hingekommen und haben gedacht, boah, heiliger Boden. Und irgendwann hat er gesagt, übrigens morgen oder übermorgen findet hier so eine Art Hearing, so eine Art Casting statt. Wenn ihr Bock habt, geht doch da hin. Und da sind wir hingegangen und da waren so Verleger und Plattenfirmenchefs da. Und wir haben da ziemlich respektlos irgendwie unser Ding gemacht, haben da irgendwie uns zu fünft hingestellt und A Cappella gesungen. Und das fanden die gut. Und dann war George Glück dabei. George Glück, großer Verleger, wirklich eine Korrifäer, eine Legende, der uns damals sozusagen entdeckt hat, könnte man so sagen, zusammen mit Peter Meisel. Und die haben die Kassette Annette Humpe gegeben. Und auf der Kassette stand drauf, Ostband. Und ich weiß noch genau, als wir Annette, Annette hat uns dann besucht und holte die Kassette raus, stand eben drauf, Ostband und gesagt, ey, sag mal, ich habe mich echt geärgert. Ich war beleidigt. Ich habe gesagt, Annette, ey, wir sind die Herzbuben, wir sind damals Herzbuben. Wir sind keine Ostband. Und dann hatte sie gesagt, Mensch, wenn ihr aus Saarbrücken, aus Kaiserslautern, aus Dortmund, keine Ahnung woher, aus Köln gekommen wärt, hättet ihr mich nicht interessiert. Ich bin deswegen interessiert, weil ihr aus dem Osten seid. Und das fanden wir ja damals auch wirklich so frappierend, dass sie eben nicht gesagt hat, kommt mal nach Hamburg. Sie hat damals in Hamburg gewohnt, sondern dass sie nach Leipzig gekommen ist, dass sie wissen wollte, wie wir ticken, wie wir leben, wie wir drauf sind und hat uns dann erst nach Hamburg eingeladen. Und als wir dann Gabi und Klaus aufgenommen haben, das war noch nicht mal in einem Studio, das war bei einem Freund von ihr, Anselm Kluge, ein Musiker auch aus Hamburg. Und ich weiß noch genau, dass ich dieses Lied aufgenommen habe, dass das Mikro im Schrank stand von Anselm Kluge, weil der hatte kein richtiges Studio, sondern der hatte eben eine private Wohnung. Und im Schlafzimmer bei ihm war der Sound eben am besten zum Einsingen. Und da habe ich sozusagen, das Mikro wurde vor dem geöffneten Schrank, ich habe in den Stoff reingesungen und habe sozusagen vor die gebügelten Hemden von Anselm Kluge, Gabi und Klaus reingesungen. Das ist für mich so eine herrliche Erinnerung, wenn ich das Lied heute höre. Übrigens auch Stimme natürlich echt noch echt jung. Ja, aber ein junger Mensch hat gesungen. Und das ist auch ein junger Titel aus den 80ern. Europe, the final countdown. Die Skorpions und Wind of Change. Eigentlich auch so ein Wendelied, aber es kam erst 90 raus. Ja, natürlich ist das sozusagen ein unvermeidbares Lied. Ich wundere mich ja, ob du heute Abend, das spielst du auch noch Freiheit von Westernhagen? Hatte ich nicht vor, kann ich noch machen. Also du, nein, ich denke nur, es gibt so ein paar Sachen, an denen man nicht vorbeikommt. Und es gibt auch Sachen, die man nicht vergisst. Also wenn ich dich jetzt frage, was hast du am 13. Januar 1987 gemacht, sagst du, weiß ich nicht mehr. Wenn ich frage, was war am 9. November 1989, ich weiß es und du, was im Theater weiß ich jetzt? Genau, ich war im Kabarett. Im Kabarett. Und das Lustige war, das Schräge ist übrigens auch, dass ich das natürlich jetzt schon zum tausendsten Mal erzähle. Und dass ich dann auch immer nicht so genau weiß, was jetzt wirklich die Wahrheit ist. Und dass man sich immer so ein kleines bisschen noch dazu dichtet oder noch ein kleines Detail mit einflechtet. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich war im Kabarett. Im Kabarett war damals das Fernsehen dabei, das DDR-Fernsehen, das damals schon nicht mehr DDR-Fernsehen hieß, sondern Deutscher Fernsehfunk. Weil die Zeit, muss man auch dazu sagen, in diesen Wochen, vor allem nach dem 9. Oktober, nach der legendären Demonstration in Leipzig, wo alle gedacht haben, heute passiert das, was auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert ist und wo es eben friedlich geblieben ist. Dieser eine Monat zwischen 9. Oktober und 9. Dezember, das war eigentlich die Zeit, in der wirklich alles möglich war. In der irgendwie runde Tische stattgefunden haben, in der die Leute miteinander geredet haben. Jeder sprach über Politik, jeder sprach über die Zukunft, jeder sprach über das, was passiert. Keiner hat damit gerecht, dass die Mauer fällt. Aber in dieser Zeit war eben wirklich irgendwie, war alles möglich. Und an dem 9. November, an dem Abend war ich im Kabarett, das Fernsehen war dabei und hat sozusagen damit aufgeräumt, dass Kabarett, politisches Kabarett, im Osten keine Nischenkultur mehr ist. Weil es durfte nie im Fernsehen stattfinden. An dem Abend war das Fernsehen da. Und wir haben uns noch gefragt, hey, wenn das dann irgendwie in drei, vier Wochen gesendet wird, ist das noch aktuell, gerade in dieser schnelllebigen Zeit? Und dann war eben irgendwann, hey, habt ihr gehört, was in Berlin gerade abgeht? Da kam eine rein oder danach? Das weiß ich eben nicht mehr so genau. Angeblich, also es gibt eine Kabarettistin, Manon Strachet. Und die habe ich jetzt irgendwann mal in einer Talkshow gesehen und die erzählte, dass ich reingekommen sei und gesagt habe, wisst ihr eigentlich, was in Berlin passiert ist? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr genau, was da wirklich war. Also es ist vielleicht auch egal. Irgendwie hat es auf jeden Fall die Runde gemacht und da war natürlich die Frage, ob das, was gerade politisch auf der Bühne stattfindet an dem Abend, in fünf, sechs Wochen noch aktuell ist, obsolet. Aber es ist irgendwie cool, weil ich musste auch nachrecherchieren. Ich war im Kino und habe jahrelang, jahrzehntelang erzählt, ich war in Zurück in die Zukunft Teil 3. Und da lief der noch gar nicht. Ich habe jetzt geguckt, es war jetzt wohl ein anderer, es war Erik der Wikinger und danach sind wir einen trinken gegangen in eine Kneipe. Daran liegt es, daran liegt es, sage ich dir, daran liegt es. Aber in dieser Kneipe lief immer Radio. Und auf einmal war da keine Musik mehr zu hören, die haben alle gequatscht und was labern die da im Radio alles. Und dann kamen so Begriffe geflogen wie Checkpoint Charlie und Berlin und dann denkt man, was ist denn hier passiert? Da sind wir alle heim vor dem Fernsehen und die Nacht war auf der Couch zu gucken. City und Wand an Wand. Und das ist toll, dass so ein Gast wie Sebastian Krumbiegel da ist. Dann hört man auch mal andere Songs und nicht das Lange am Fenster, sondern Wand an Wand, was auch Mauer an Mauer heißen könnte. Es ist schon wirklich schräg, ich habe das gerade wieder gedacht, weil diese Platte, die die damals rausgebracht haben, ich glaube das war 1988, da waren Texte drauf, wo wir alle gedacht haben, boah ey, wie ist denn das durch die Zensur gekommen? Also das ist ein Lied, der Text von diesem Lied eben, mein Bett steht 20 Zentimeter neben deinem, meine Lampe könnte gut bis in dein Zimmer scheinen. Ich höre dich wie aus einem anderen Land, da geht es eigentlich wirklich um die Mauer, da geht es eigentlich um West Berlin. Und das haben wir damals auch so verstanden und so gehört. Und ich glaube der Trick war damals oft der von vielen Bands, die Dinge mussten ja alle zur Abnahme vorgelegt werden. Irgendwelchen Kommissionen, ob die Texte eben wirklich sozusagen auch im Radio gespielt werden dürfen. Dass man wirklich ein paar eisenharte Dinge eingebaut hat, von denen man wirklich genau weiß, die wären sowieso verboten. Da kommt sofort einer und sagt, boah ey, das trauen die sich, nee, wird nicht gemacht. Aber dass dann eben ein paar andere Sachen drin gelassen werden, die dann eben durchkommen, das war ein bisschen der Trick. Und ich finde das heute immer noch faszinierend. Und jetzt sind wir wieder total in der Vergangenheit, aber am Ende reden wir heute eben über die Vergangenheit. Am Ende reden wir heute eben darüber, ja, was war vor 30 Jahren. Ja, aber das ist ein Song, den ich jetzt zum ersten Mal gehört habe und sage, hey, das ist klasse. Das hatte ich bisher nicht auf dem Schirm. Es wird, und es wird jetzt weltweit geschrieben über dieses Datum, 30 Jahre Mauerfall, es wird auch Bruce Springsteen, ein gewisser Anteil daran zugesprochen. Da gab es am 19. Juni 88? Ich war da, ja. Wow. Riesenkonzert in Ostberlin. Angeblich sollen es wohl irgendwie, weiß ich nicht, 250.000 Leute gewesen sein. Genau, also 160.000 reguläre Tickets und 100.000 kamen extra. Und es war ein Konzert eigentlich gegen Nicaragua oder für Nicaragua und Springsteen hat gesagt, nee, also ich lasse mich vor keinen Karren spannen. Und dann musste er gesagt haben, und das finde ich jetzt voll, dass du dabei warst, ich spiele hier nicht für oder gegen irgendeine Regierung. Ich spiele Rock'n'Roll in der Hoffnung, dass irgendwann alle Schranken fallen. Und das war genau die Vokabel. Zuerst wollte er wohl sagen, habe ich auch noch in einem Interview gelesen, er wollte wohl sagen, ich spiele dafür, dass alle Mauern fallen. Und da haben ihm Leute gesagt, ey, das ist vielleicht ein bisschen too much. Die Leute verstehen auch, wenn du sagst, dass alle Schranken fallen. Und die Leute haben es verstanden. Und das war genau, also nochmal, die Antennen des Publikums waren so sensibel. Die waren geschärft und du hast jeden Zwischenton gehört. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich damals im Theater war. Ey, das war irgendein Klassiker. Ich glaube, Schiller irgendwas. Und auf einmal kommt irgendeine Szene, wo es um Freiheit ging. Baff, kommt dann auf einmal Szenenapplaus. Und das war schon, das war damals schon spannend. Und der Springsteen hat dann auch gesagt, wir sind mit der ganzen Band mit Tränen in den Augen von der Bühne, weil das so ein besonderes Publikum ist, dass man sonst, wo nur auf die Zwölf geklatscht wird, nicht da ist. Was natürlich mit der Besonderheit der Location und der ganzen Situation zu tun. Also wenn du in Ostberlin spielst, wenn du so ein Riesenkonzert machst, also vor 250.000 Leuten spielen, ist schon erstmal, glaube ich, auch für Bruce Springsteen irgendwie nicht, es ist ihm nicht einerlei, glaube ich. Und da denke ich schon irgendwie, dass das nicht normal ist. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Rockset, The Look. Eine schwedische Band, die in Amerika bekannt wurde, weil ein amerikanischer Austauschstudent in Schweden die Kassette mitgenommen hat, zu sich heim, es einem Radiosender vorgespielt hat. Und dann sind die durch die Decke gegangen weltweit. Auch die Prinzen haben mit Kassette angefangen, da stand Ostband drauf und sind die erste gesamtdeutsche erfolgreiche Popband geworden. Ja, das können wir uns, glaube ich, auf die Fahnen schreiben, also ohne, dass wir was dafür können. Aber das war natürlich wirklich so. Und das hat uns damals, glaube ich, auch ein bisschen geholfen. Also auch bei vielen Leuten, die, sagen wir mal so, die Leute im Westen haben, oder andersrum gesagt, die Leute im Osten haben gesagt, guck mal hier, unsere Jungs, die haben es geschafft, das ist geil, die sind irgendwie erfolgreich. Und die Leute im Westen haben gesagt, guck mal hier, die Ossis, ey, wenn die sich ein bisschen Mühe geben, geht doch. Und auch Journalisten übrigens, das war sozusagen ein Thema. Man muss das ja immer, also Rückblick muss man ja, man muss ja die Kirche mal im Dorf lassen. Also natürlich ist man immer versucht, wenn man erfolgreich ist mit irgendwas oder wenn man auf einmal einen Hit hat, wenn man auf einmal Popstar ist, zu sagen, das liegt natürlich daran, dass ich so ein genialer Komponist, ein wunderbarer Sänger, ein wohlriechender, gutaussehender, hochintelligenter Kerl bin. Und dass du am Ende wirklich auf einmal irgendwie anfängst, daran zu glauben, das ist total gefährlich. Und je länger ich dabei bin sozusagen, das klingt jetzt auch ein bisschen altklug, aber man muss natürlich wirklich wissen, es hat so viel mit Glück zu tun. Es hat so viel, also natürlich musst du erst mal Songs schreiben, die irgendwie ganz cool sind. Natürlich musst du was zu erzählen haben. Natürlich musst du Musik machen, die in irgendeiner Weise den Zeitgeist trifft oder so. Aber alles andere, was du machst, hat damit zu tun, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen Leute triffst. Und dass ich irgendwann das große Glück hatte, Christian Job zu treffen. Ja, 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 ja. Aber man muss jetzt um die Klammer langsam... Ich sage ganz kurz noch an der Stelle, bitte, ganz lieber Gruß auch an Susanne Wachs. Die hört zu. Ja, die hört zu. Hat schon ein Geheim-Message. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, die Prinzen... Gleich aus dem Konzept gebracht, ne? ... sind immer noch gut dabei. Ihr wart bis Anfang Oktober auf Kirchentournee im Kirchenspiel. Wir haben dieses Jahr 60 Konzerte gespielt. Ja. Und das ist schon mal irgendwie ganz cool. Also, sag mal so, ich glaube, das Geheimnis ist ein bisschen... Es ist kein Geheimnis. Der Trick ist einfach der, wenn du so lange schon zusammen Musik machst und wenn du dich dazu noch so lange kennst, wie wir uns kennen. Weil wir kennen uns alle schon seit unserer Kindheit. Aus der Schule. Aus der Schule. Also, ich kenne Wolfgang seit der vierten Klasse. Und das ist wirklich irgendwie... Das war 1976. Und ich habe Tobias sogar schon 1973 kennengelernt, weil der mit meinem Bruder in einer Klasse war. Und der Trick, oder dass man trotz nach all dieser Zeit... immer noch miteinander klarkommt, ist auf jeden Fall auch der, dass man sich zwischendurch in Ruhe lässt. Und dass man zwischendurch andere Dinge macht. Dass man zwischendurch in irgendeiner Weise Urlaub von der Band hat. Und ich glaube, das soll überhaupt nicht despektierlich klingen. Ich glaube, dass das wirklich ganz normal ist. Ich glaube, dass es auch jeder Beziehung gut tut, sich zwischendurch mal in Ruhe zu lassen. Mal irgendwie nicht permanent zusammenzuhängen. Sondern einfach zu sagen, hey, ich gehe erst mal hier und du gehst mal da hin. Und dann kommen wir wieder. Das hält am Ende die Liebe frisch. Und am Ende ist das, wie gesagt, in einer Beziehung so, in einer Familie so, in einer Band so. Also die nächste Prinzentour ist schon terminiert für das nächste Jahr. Und in der Pause machst du deine Sachen. Zum Beispiel, und das ist jetzt der einzige Nicht-Oldie in dieser Sendung, Die Demokratie ist weiblich. Ein toller Song. Mit E-Piano gespielt. Und als Video, ja... Promi-Dichte XXL. Ja, das war so eine Art Schnapsidee sozusagen. Ich habe gedacht, wie kannst du heute ein Lied irgendwie unter die Leute bringen? Das reicht ja nicht, wenn du irgendwie Koryphäen wie dich kennst. Du musst eben irgendwie... Du wolltest es schön bebildern. Genau. Du musst im Netz stattfinden und dafür brauchst du ein Video. Und dann habe ich einfach gedacht, frag doch einfach mal ein paar Freunde, ein paar Bekannte. Und habe dann angefangen, Leute anzurufen, die ich kenne. Und das lief. Und die Leute, ich habe denen das Pfeil zugeschickt, habe die sozusagen einen MP3-Pfeil zugeschickt. Hey, um das Lied geht es. Und ich stelle mir vor, dass ihr alle das Ding lippensynchron sozusagen singt. Voll Playback. Voll Playback macht. Und das hat echt gut funktioniert. Also die haben das alle mit ihren Handys aufgenommen. Und ich... Leute, ehrlich, also es gibt wenige Dinge, auf die ich stolz bin. Aber das war schon echt ein Wurf. Das war schon echt ein cooles Ding. Und ich freue mich da ehrlich drüber, weil das... Ja, es haben so viele Leute mitgemacht. Also meine ganz alte Idole. Grönemeyer ist dabei. Grönemeyer. Rudolf Kunze, Peter Maffei, Udo Lindenberg, Iris Berben. Anja Reschke übrigens, wegen der ich eigentlich jetzt gerade im Saarland bin, weil die morgen den Siebenpfeifer-Preis in Homburg verliehen bekommt. Mache ich morgen auch Musik. Und das, wir haben vorhin schon zusammen zu Abend gegessen. Anja Reschke ist die Moderatorin von Panorama. Also ich habe darauf geachtet, dass aus verschiedensten Sparten, dass Schauspieler, Musiker, Moderatorinnen irgendwie dabei sind. Und es ist wirklich eine illustre Runde geworden. Es sind insgesamt 70 Leute, die dabei sind. Und guckt euch das Video mal an. Liebe Leute, das können wir euch leider im Radio nicht zeigen. Hören können wir es jetzt. Und ich bin sehr froh, dass du wegen des Termins morgen heute schon da warst. Umgekehrt. Ich bin deines Wegen hierher gekommen. Ja, ja, ja. So geht das. 30 Jahre Mauerfall auf den Tag. Genau. Ein wichtiges Ereignis. Eine Sache, über die wir uns immer noch tierisch freuen, dass es passiert ist. Zu Recht, denke ich mal. Unterm Strich. Bei aller Eiererei, bei aller Jammerei, bei allem, übrigens auch, was ich ja immer noch wichtig finde, bei aller Euphorie, trotzdem aber bitte kritisch bleiben und immer noch gucken. Es ist nicht alles Dufte, was heute abgeht. Es ist nicht alles schön. Wir müssen uns schon selbst drum kümmern, in was für einer Welt wir leben. Wir sollten irgendwie wach bleiben. Aber ich möchte nicht wieder anfangen, hier zu missionieren. Genau. Also es ist wie bei Frauen. Da muss man sich anständig drum kümmern. und die Demokratie ist weiblich auch. Das war ein Macho-Spruch. Schönen Abend. Danke dir. Hey, ich danke dir. Guten Abend. Die Demokratie ist weiblich.